Ist das geil heute! Noch keinen Ton gespielt und schon Applaus, bin froh! Muss man schnell den Klaus fragen, machen wir fertig! Klaus ist aufgeregt, Applaus für den Klaus! Herzlich Willkommen hier zum Geburtstagsfisch im Haberhaar-Hohle! Menni, kommst du bitte zu mir! Und einen ersten Applaus heute Abend! Danke dafür! Und den Zweiten möchte ich haben, wenn ich das möglich mache! Und den Zweiten möchte ich mit dem Behandlung einstellen! Und den Zweiten, die einzelnen Assistenten, möchten wir bitte behalten! Und den Zweiten, die einzelnen Assistenten, möchten wir bitte behalten! Und den Zweiten, die einzelnen Assistenten, möchten wir bitte behalten! Und den Zweiten, die einzelnen Assistenten, möchten wir bitte in die Liste ein! Und jetzt möchte ich die Spielregel erklären! Und diese beiden jungen Männer machen es richtig! Wie viele vorhin tragen sie sich in die Liste ein! Wie viele Musiker, die Menschen spielen, möchten wir bitte da in die Liste reintragen! Und nach unseren beiden Stargästen, die ich jetzt noch nicht verraten möchte, wird die Session eröffnet! Wer in der Liste steht, wird wahrscheinlich auch spielen! Schlagzeuger sind meistens so viel da, aber auf dem Weg reden wir mal durch! Habe ich was vergessen? Ja genau! Diese wunderschöne, rote Gitarre! Liste, nächste, vor sich doch! Ich hab' ich von den Petri und Tag! Und das wird das, 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 das wird das! Wie gesagt, ich hab' ich was vergessen! Ich hab' ich in die Liste runtergelassen! Wie gesagt, ich hab' ich in die Liste ein, was einfach ein solcher Halter machen soll! Gut, weil ich weiß, was einfach ein solcher Halter machen soll! Dann wäre ich mal dran, Lashin ein! Lashin gehört dann, ein aus dem Brusthaus! Mit der Torwart! Klaasin! M Hey! Du bist das, das ist, du hast du es! Und das ist, du hast du es! Es wird jetzt! Du hast du es! Du hast, du hast du es? Musik Thomas Bouchard Musik 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 Ein wunderbarer, Mann, das war ich auch. Auf der Basis ist mein, der Mann, das ist ihr der Chef. Und mein Freund Christian Lahr. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.